Also wir hatten gar keinen Zugang mehr und das war ein Tag vor der Messe. Cannabis wird irgendwann legal in Deutschland und wir schauen mal, wie wir da einen Platz finden, dass die Besucher entspannt auf die Messe gehen können, ohne irgendwie die ganze Zeit nach links und rechts zu schauen und zu gucken, dass sie irgendwie von der Polizei verfolgt werden. Hallo und herzlich willkommen zu Couchlock, dem DAV-Talk, in dem wir spannende Gäste aus der Cannabis-Szene einladen und über relevante Themen aus der Cannabiskultur reden. Ein relevantes Thema sind natürlich Hanf-Messen, immer große Coming-togethers für die Hanf-Szene und die größte Hanf-Messe ist die Mary Jane in Berlin und da haben wir heute eine spannende Gastin. Hallo Nung, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Danke für die Einladung, Konstantin. Ich bin die Nung, bin dieses Jahr 32 Jahre alt und ich bin Mitgründerin der Mary Jane Berlin. Wir haben die damals in 2016 gegründet und mittlerweile sind wir Deutschlands größte Hanf-Messe und dieses Jahr sieht es auch ganz gut aus, dass wir auch Europas größte Hanf-Messe werden. Wir haben dieses Jahr über 400 Aussteller, wir haben eine Gesamtfläche von über 20.000 Quadratmetern. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr groß und ereignisreich dieses Jahr. Wir sind so ein Mix aus Messe, Festival und Konferenz und dementsprechend findet da eigentlich fast jeder was Schönes zum Entdecken. Ja, sehr schön. Die Mary Jane ist für viele Cannabis-Liebhaber bestimmt irgendwie eins der Jahres-Highlights. Bevor wir aber in die Mary Jane gehen, mal ein bisschen in die Geschichte gucken und schauen, was es dieses Jahr in der Teil-Entkriminalisierung Neues geben könnte. Erstmal für dich persönlich die Frage, was hat sich für dich denn seit der Entkriminalisierung geändert? Also tatsächlich bei mir, ich rauche nicht wirklich. Deshalb für mich persönlich nicht so viel aussah, dass ich jetzt auch meine Pflanzen zu Hause habe. Einfach weil ich wusste, okay, das Gesetz wird sich ändern, das wird ein großes Thema und ich möchte auch mal reinschnuppern und ich finde das auch ganz faszinierend, weil ich eigentlich nicht den grünen Daumen habe. Also bei mir bisher sind alle meine Pflanzen zu Hause gestorben und meine Mama hat mich auch schon angemekert und meinte, das sei ein schlechtes Omen und ich solle das nicht machen. Aber ich habe mir praktisch von einem Ausstehner schon ein Set zusammenstehen lassen, hatte auch ein paar Samen zu Hause und tue jetzt meine zwei Pflänzchen zu Hause an. Und das finde ich ganz interessant, die so wachsen zu sehen und entwickeln zu sehen. Genau. Ja, den schwarzen Daumen, den kenne ich sehr gut. Aber ja, es ist sehr gespannt, jetzt irgendwie die kleinen Pflänzchen wachsen zu sehen und ich glaube, das beobachten gerade sehr viele bei sich zu Hause. Genau, kommen wir mal zu Mary Jane. Wie kamst du denn auf die Idee, das Ganze zu starten? Wann ging das los? Und genau. Genau, also der Partner, mit dem ich das gegründet habe, ist auch mittlerweile mein Ehemann. Der war in den USA und da hat es schon ein bisschen begonnen, da wurde medizinisches Cannabis erlaubt und der dachte sich so, okay, wenn das in den USA schon so anfängt, dann wird das sicherlich irgendwann nach Deutschland rüberspappen. Also er ist wirklich mit der Vision zu uns gekommen und meinte, ey, Cannabis wird irgendwann legal in Deutschland und wir schauen mal, wie wir da einen Platz finden. Und wir kommen ja ursprünglich aus der Eventbranche. Also haben wir uns überlegt, okay, dann wäre doch was Interessantes, eine Hanfmesse zu organisieren. Und damals waren wir auch ganz jung, wir haben studiert, wir haben praktisch all unser Erspartes damals zusammengelegt und irgendwie versucht, eine Location zu finden, die anzuzahlen. Und die war auch sehr teuer. Wir hatten in dem Moment praktisch nur zwei Optionen. Entweder wir schaffen es, diese Messe erfolgreich durchzuführen und irgendwie mit Plus rauszugehen oder wir werden die nächsten fünf Jahre hochverschuldet und werden unsere Schulden abbezahlen, weil wir ja auch mehr oder weniger im Studium das gestartet haben und kurz danach erst unser Studium beendet haben. Und genau, jetzt haben wir es seitdem geschafft. Die erste Messe verlief gut und da konnten wir uns auch ein bisschen Geld beiseite legen und jedes Jahr haben wir praktisch das Geld, was wir gespart haben, wieder reinvestiert für die nächste Handmesse. Und genau, so haben wir uns die Handmesse aufbauen können, aber der Start war schon... Wie viele Leute waren denn bei der ersten Messe? Ich glaube, wir waren so 80 Aussteller, aber trotzdem schon von den Besucherzahlen her auch so 8.000, 9.000. Also für die allererste Messe eigentlich auch für uns sehr, sehr zufriedenstellend. Und so haben wir dann weitergemacht und haben die Messe weiter aufgebaut, obwohl ich persönlich... Also ich habe ja was... Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in der Fachrichtung Maschinenbau, hatte auch einen sehr guten Master. Und meine Mama war nicht so begeistert, weil selbstständig zu sein bedeutet natürlich viel, viel Risiko, viel, viel Arbeit. Und sie hat das zum Beispiel nicht so gefeiert, aber mittlerweile sind wir ja so gefestigt in der Branche und haben was Großes erreichen können, dass ich sie auch mittlerweile beruhigen kann und sage, hey Mama, das ist jetzt was Sicheres geworden, du brauchst dir keine Sorgen zu machen und ja, ich könnte jetzt auch theoretisch auch für dich sorgen, wenn es notwendig ist, genau. Aber es ist halt auch immer ein Risiko gewesen. Ja, genau. Die Mary Jane ist ja inzwischen feste Instanz, jedes Jahr irgendwie große Hanfmesse. Wie hat sich das denn entwickelt? Wie ging es die nächsten Jahre weiter? Wie ist das gewachsen? Genau, wir waren erstes Jahr im Postbahnhof, also auch in einer kleineren Location. Dann haben wir schon gedacht, okay, war auch schon ein bisschen eng. Wir haben dann einen Locationwechsel vorzogen, das heißt, wir sind dann ins Funkhaus gegangen. Das war auch eine sehr, sehr schöne Location am Wasser, aber die Infrastruktur und Logistik hatte nicht so gepasst. Aber wir konnten trotzdem weiter wachsen. Das heißt, wir hatten mehr Aussteller und mehr Besucher. Das hat uns auch mega gefreut. Und kurz danach sind wir in die Arena Berlin gezogen, ein Jahr danach. Das heißt, die ersten Jahre waren wirklich viele Wechsel, viele Herausforderungen, viele schlaflose Nächte auch. Aber letztendlich hat es sich ja immer gelohnt. Wir konnten immer weiter wachsen. Und dieses Jahr war wieder ein großer Schritt. Wir sind nochmal stärker gewachsen und in die Messe Berlin gezogen. Und da haben wir jetzt nochmal viel mehr Freiraum, viel mehr Fläche, um uns dann nochmal kreativ auszuleben und neue Ideen auch reinzubringen in die neue Location. Genau, neue Location. Größer, flächenmäßig dann potenziell Europas größte Hanfmesse. Und was gibt es sonst noch Neues dieses Jahr auf der Thailand-Kriminalisierung? Genau, also wir haben einen sehr, sehr großen Außenbereich. Da darf man auch rauchen jetzt offiziell. Jeder darf natürlich bis zu 25 Gramm mit sich führen. Das ist auch schon mal sehr, für viele sehr, die fühlen sich erleichterter, sag ich mal so. Dann haben wir auch im Außenbereich einen Bereich fürs Festival mit einer sehr, sehr großen Bühne. Wir haben auch eine viel größere Bühne mit einer besseren Akustik. Ich habe da nicht so viel Ahnung, aber mein Kollege im Team, der hat sich gefreut, dass da mal eine ordentliche Akustik dahinter ist. Dann haben wir wieder den Food-Bereich. Das heißt für die Hungrigen oder wenn man dann ein paar Munchies benötigt, da kann man sich dann auch ein paar kulinarische Gegebenheiten entdecken. Und dann haben wir jetzt auch eine richtig geile Chill-Area. Das machen wir mit Vibes zusammen. Da findest du so Sachen wie eine Ong-Bar, eine Vape-Bar, eine Graffiti-Area und ich sage mal ganz, ganz viele Spielereien für Cannabis-Liebhaber. Ich nenne das auch immer gerne so den Spielplatz für Cannabis-Enthusiasten und so fühlt es sich dann auch so ein bisschen an, wenn man dann durch die Messe und das Festival läuft. Ja, cool. Wird bestimmt cool und spannend, dieses Jahr nochmal neue Location größer. Aber andererseits, wenn man jetzt schon mal auf den Let's Mary Janes war, war es da schon immer relativ locker. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da groß kriminalisiert wird. Gab es denn irgendwie bei den Messen schon mal Probleme überhaupt mit der Polizei, dass es da Vorfälle gab? Oder war das eh eigentlich schon immer lockerer? Also man muss sagen, dass es schon immer lockerer war. Das ist natürlich auch dem Standort geschuldet. Berlin ist generell sehr liberal verglichen zu anderen Städten oder auch anderen Bundesländern. Was ich nur mal mitbekommen hatte von einzelnen Followern, die uns geschrieben hatten, dass sie irgendwie auf dem Nachhauseweg, weil sie eine Mary Jane Tasche hatten, irgendwie von der Polizei durchsucht worden waren in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber das war dann auch alles in Ordnung. Und ja, also im Großen und Ganzen sind wir ganz froh mit dem Standort und auch, dass die Besucher entspannt auf die Messe gehen können und auch die Produkte entdecken können, ohne irgendwie die ganze Zeit nach links und rechts zu schauen und zu gucken, dass sie irgendwie von der Polizei verfolgt werden. Ja, da sind wir auch sehr dankbar. Ja, es ist schon immer eine coole Stimmung dort. Die ganze Cannabis-Community vereint, versammelt, Treffpunkt und dann eben auch noch entspannt, dieses Jahr noch entspannter. Ja, vielleicht können die ersten schon mal Proben aus ihrem Home-Grow zeigen und so weiter und so fort. Ja. Ein anderes Produkt, was ein bisschen Kritik bekommen hat, sind HHC-Produkte oder generell Produkte mit halbsynthetischen Cannabinoiden irgendwie auf Messen, auch Proben, die irgendwie verteilt wurden. Wie wollt ihr damit umgehen? Es gab ja auch Kritik aus der Community. Genau, das war auch ein großes Thema bei uns. HHC haben wir dann erstmal verboten, weil das Feedback der meisten Besucher dann doch sehr negativ war. Im letzten Jahr, HHC gab es tatsächlich auch schon vor zwei Jahren, aber da gab es noch kein konkretes Feedback. Also wir schauen immer sehr, was die Mehrheit der Besucher uns für Feedback und Meinungen geben. Und wir tun basierend darauf, sag ich mal, Maßnahmen bilden. Es ist jedoch so, dass wir jetzt nicht gesagt haben von vornherein, dass wir alle synthetischen Substanzen komplett verbieten. Zum einen, weil der Markt nun mal so ist, wie er ist leider. Niemand hat da Überblick über diese ganzen Wirkstoffe, wenn ich mir diese ganzen durchlese, wie CBN, CBG, ABC, THC, keine Ahnung, wie die alle heißen. Da kann niemand wirklich einen Überblick haben. Und zum anderen ist es so, wir haben ja eine Mission und die Mission ist es, so viele Menschen wie möglich aufzuklären und einen bewussten Konsum und Umgang mit Cannabis zu ermöglichen. Das heißt, es gibt zum einen Menschen, die sagen, hey, wenn der Wirkstoff nicht da ist, dann komme ich überhaupt nicht. Die würden wir gar nicht erreichen. Und dann gibt es Menschen, die würden sowieso mit gewissen Substanzen, sei es über den Schwarzmarkt oder Freunde, in Kontakt kommen. Und würden im Zuge dessen auch gar nicht aufgeklärt werden oder irgendwie transparent vermittelt werden, okay, was konsumiere ich da, welche Risiken gibt es. Das heißt, wenn ich das auf der Messe komplett verbieten würde, dann wäre das mehr oder weniger vom Tisch, aber auch nicht, sag ich mal, in der Diskussion von Menschen. Das heißt, wenn die kommen und sich ein, erstmal können die sich einen Überblick über den Markt verschaffen und gleichzeitig können die sich aber auch mit anderen Menschen, mit Gleichgesinnten austauschen. Und dann gibt es auch immer Erfahrungsberichte, dass die anderen sagen, hey, ich habe das schon probiert, würde ich dir vielleicht nicht empfehlen, es gibt keine Langzeitstudien. Und gleichzeitig können die sich auch beim Aussteller informieren, welche Risiken könnte es geben. Und jeder sollte dann auch für sich eine fundierte Entscheidung treffen können, ob es was für einen ist oder nicht. Und für mich ein Verbot oder, sag ich mal, eine Ablehnung würde in dem Sinne nicht zu dem Ziel führen, dass die Menschen sich wirklich darüber informieren, was das überhaupt ist. Das ist immer ganz interessant, weil wir hatten eine große Diskussion im Team darüber und ich habe das immer so ein bisschen verglichen mit diesen aggressiven Veganern. Ich weiß nicht, kennst du mal die, die sagen, ja, du Tierquäler, wie kannst du nur und so schämen dich und wirklich so aggressiv auftreten. Und ganz ehrlich, wenn jemand so zu mir ankommt, würde ich erst recht sagen, yo, lass mich in Ruhe, ich esse heute erst recht mein Steak, wenn du mich schon so dumm anmerst. Aber wenn du da wirklich hinkommen würdest mit Verständnis und weißt, hey, ja, du konsumierst Fleisch, aber wusstest du vielleicht, wie die gehalten werden, es gibt D&D-Dokumentationen und solche Sachen. Ich tue wirklich verständnisvoll aufklären. Und wenn du Interesse hast, dann kann ich dir mehr Informationen dazu geben. Und darüber würdest du vielleicht Interesse entwecken, sich darüber zu informieren. Das heißt, und das ist genauso wie mit den synthetischen Substanzen. Ja, ich kann es nicht verbieten, aber im Endeffekt würde es nicht das Ziel, dass der Mensch von sich aus entscheidet, okay, die ist da, ich hätte Kontakt. Aber vielleicht tue ich mich doch mal informieren oder andere fragen, welche Erfahrung hast du damit, würdest du das machen? Und genau das ist der Rahmen, den wir schaffen. Wir schaffen Transparenz und Aufklärung, aber die bewusste Entscheidung muss immer noch von dir selbst kommen. Genau, also Thema Drogenverbote haben wir wahrscheinlich auch schon genug diskutiert, dass es immer eher erstmal schwierig ist. Das Gegenteil tatsächlich bewirken. Also ich kenne es auch, ich habe auch ein Kind zu Hause oder ich kenne es auch von einem selbst, wenn du es verbietest, irgendwas reizt es sich trotzdem und du machst es spätestens in deiner Pubertät, irgendwas Verbotenes zu tun. Das ist einfach, der reizt es darf. Ja, genau. Kein Verbot, aber gibt es andere Maßnahmen irgendwie? Genau. Was jetzt damit, wie wir damit umgehen? Genau, wir sagen, ihr Aussteller müsst es ordentlich deklarieren und auch bei Nachfall Risiken aufklären. Das heißt, das, was wir schaffen, wir stellen den Markt da, so wie es ist. Das, was wir machen können, ist Transparenz und Aufklärung. Und dafür, das sichern wir. Das heißt, eine ordentliche Deklarierung und eine Aufklärung und natürlich auch der Austausch der Konsumenten untereinander. Wo man vielleicht überlegen kann, ah, okay, interessant. Wenn man jetzt, werden es verboten, dann würde man denken, warum ist es verboten? Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Und wenn es da ist, kann ich aber auch Leute um mich herum fragen. Also, ja, was hast du denn für eine Erfahrung gemacht? Welche Risiken? Und es gibt auch viele, die sind informiert und die teilen auch gerne gewissen. Und dann kann man sich nochmal überlegen, okay, habe jetzt viele interessante Sachen gehört. Lasse ich vielleicht doch. Und das ist dann sozusagen das Ziel, was man sowas wie so als Messe haben, ja. Genau, also Konsum mit Kompetenz mitgeben, anstatt zu verbieten. Genau, anstatt zu verbieten. Das ist ein guter Ansatz. Mal schauen, wie das klappt dieses Jahr. Aber ich denke mal auch dadurch, dass die Leute im Zweifel ihr eigenes Cannabis mit THC mitbringen können, wird sich das vielleicht auch ein bisschen erlockern einfach dadurch. Genau, also ich finde das auch ein sehr, sehr großer Vorteil, dass man jetzt sein Cannabis selbst anbauen kann. Also man muss auch sagen, wir hatten schon immer jahrelang Grow Equipment auf der Messe. Also es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Produkte auf der Messe. Wir haben von Samen, Grow Produkten, Raucherzubehör, CBD, Textilien und sowas, alles war dabei. Und der Grow Bereich, der war immer so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Und wenn mich Leute auch gefragt haben, habe ich gesagt, ja, du kannst damit deine Tomaten, deine Kräuter oder sonst was anbauen. Und so ist das. Und mittlerweile dieses Jahr merken wir, dass da auf jeden Fall ein großer Fokus auf den Bereich liegt, was ich auch sehr gut finde. Und der Bereich bekommt auch endlich die Aufmerksamkeit, die er verdient. Und ja, die Besucher können sich da auch einen Überblick machen über alle möglichen Technologien, Grow Equipment, was es da überhaupt so gibt. Und sich austauschen mit anderen, die anbauen. Und wir haben auch einen Vortrag von Vincent and Wheat, den kennen auch die meisten. Das heißt, man kann sich auch informieren, hey, was muss ich eigentlich machen, um so eine kleine Pflanze bei mir zu Hause aufzubauen. Und dementsprechend ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit, sich über den Markt, aber auch den Anbau zu informieren. Ja, genau. Grow ist natürlich auch ein gutes Thema, was hier in dem Podcast mal vorkommen könnte. Falls ihr da Gastideen habt, schreibt uns gerne mal welche in die Kommentare. Ja, apropos Grow, wie sieht es denn aus mit Vermehrungsmaterial? Wird es vielleicht Samen oder Stecklinge auf der Messe geben? Die Rechtslage ist ja noch nicht ganz eindeutig. Genau, wie du gesagt hast, die Rechtslage ist noch gar nicht eindeutig hinsichtlich dessen. Das heißt, wir geben da auch gar keine rechtliche Empfehlung oder solches. Und die Aussteller entscheiden dann sozusagen für sich, was möglich ist und was nicht. Ja, da sind wir mal gespannt, wie die Messe dieses Jahr aussehen wird und was es da so geben wird. Steigen wir mal in unseren letzten Themenblock noch ein. Thema Social Media in der Handsszene ist ja für euch auch relevant. Ihr seid ja sehr aktiv mit ganz vielen Videos, auch mit dir. Da wollte ich mal fragen, welche Rolle spielt denn für euch Social Media? Jetzt im Vergleich, hier in Berlin sieht man überall Plakatwerbung irgendwie. Ist das ein großer Einfluss? Erreicht ihr damit mehr Leute? Genau, ist das der wichtigste Pfeiler inzwischen in eurer Werbestrategie? Ja, also Social Media-Content ist für uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig geworden. Wir versuchen aber dennoch zu streuen, weil, wie jeder weiß, Social Media ist relativ ein bisschen beschränkt, wenn es um das Thema Cannabis geht. Wir sind aber auf Instagram tätig, auf Facebook und auf TikTok und auch auf YouTube, aber da hauptsächlich YouTube-Shorts. Und welche Plattform ist für euch am wichtigsten? Das ist ganz interessant, weil die Zielgruppe so unterschiedlich ist auf jeder Plattform. Also ich persönlich mag unseren Instagram-Kanal sehr, weil die Activity ist dort sehr hoch. Das heißt, die Leute tun wirklich kommentieren, die tun sich austauschen, die tun sehr viele private Nachrichten schreiben. Wir versuchen auch, so gut es geht, die zu beantworten, aber natürlich schaffen wir es auch nicht alle, Fragen zu beantworten. Und wenn ich mir zum Beispiel Feedback zur Messe einholen möchte, dann gucke ich mir mal gerne die Kommentare an, und dann gucke ich mir die Nachrichten durch und die finde ich auf jeden Fall immer sehr, sehr hilfreich, auch für uns so zu weiterentwickeln, um auch nah an unseren Besuchern zu sein. Und TikTok ist ja letztendlich so, dass die Zielgruppe ist viel jünger, aber die muss man auch ein bisschen warm machen für das Thema. Die sind jetzt nicht so, die tun nicht so aktiv mit uns interagieren, sondern eher untereinander agieren. Also sehr, sehr unterschiedlich zeitlich, die zwei Zielgruppen, aber da tun wir teilweise mehr Menschen erreichen. Also wenn du einmal im Algorithmus drin bist, dann ist die Reichweite bei TikTok sehr, sehr hoch, tatsächlich, ja. Und da wird aber immer das Gleiche ausgespielt, also ihr habt ja viel so Kurzvideos irgendwie, das passt ja für alle Plattformen, oder macht ihr da nochmal individuell irgendwie für die Plattformen unterschiedlichen Content wahrscheinlich hauptsächlich das Gleiche irgendwie? Genau, viele Videos werden auf allen Plattformen gleich gepostet, nur bei TikTok tun wir uns fokussieren auf Educational und Entertainment, da tun wir weniger Messe-Content produzieren, während wir zum Beispiel auf Instagram mehr Messe-Content, also Instagram und Facebook, da spiegeln wir immer beides, da tun wir mehr Content zur Messe, zum Event, zum Festival, zur Konferenz veröffentlichen. Und habt ihr da einen sehr festen Content-Plan, ist das alles irgendwie schon sehr genau geplant, so und so viele Shorts jede Woche irgendwie bis zur Messe, oder macht ihr das ein bisschen on the fly? Ja, bei uns ein bisschen on the fly, also wir haben so einen groben Plan, wir wissen, was wir alles veröffentlichen wollen, aber so kurz vor der Messe, so die letzten zwei, drei Monate, das sind sehr intensiv, also da kommen auch viele spontane Anfragen, die muss man dann auch irgendwie reinplanen, und deshalb ist da auch sehr viel Spontanität dabei, genau. Ja, genau, kommen wir zum letzten Thema, mal ein bisschen Zensur auch im Social-Media-Bereich, da gibt es ja den Klassiker Brokkoli oder irgendwie kann halt bis zu zensieren immer. Ihr macht das ja auch, warum macht ihr das? Hattet ihr da schon mal Probleme, dass wirklich was gelöscht wurde, deswegen haltet ihr euch da an Richtlinien einfach von Plattformen? Genau, also, unser Account wurde einmal kurz vor der Messe, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, so komplett gesperrt, ne? Also wir hatten gar keinen Zugang mehr und das war ein Tag vor der Messe, und seitdem habe ich mir gedacht, nee, das kann ich mir nicht mehr, diesen Stress kann ich mir nicht antun. Ich fahre jetzt wirklich den sichersten, sicherten Weg und da haben wir angefangen, statt Cannabis Brokkoli zu sagen, was aber viele Menschen triggert tatsächlich das Thema. Aber mit dem Thema Brokkoli sind wir soweit gut gefahren auf Instagram, auf TikTok auch eine Zeit lang, bis auch dort irgendwann gewisse Strikes geschehen sind und jetzt sind wir wieder mehr oder weniger, haben wir Reichweite verloren, das heißt, da müssen wir uns auch wieder den Weg zurückkämpfen und es hilft sicherlich, andere Wörter zu nutzen, die, um nicht so allzu auffällig in den Algorithmus zu kommen und auch gewisse Bilder nicht zu nützen, weil Instagram oder generell Social Media, die tun ja auch diese Mitschnitte und diese Bilder scannen, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass man so lang wie möglich so unterm Radar bleibt. Weil sobald du einmal auf diesem Radar bist, dann musst du wirklich da kämpfen, um wieder rauszukommen und notfalls halt auch mit dem Anwalt und das kann auch sehr kostspielig und zeitintensiv werden, ja. Ja, in knapp einem Monat ist ja jetzt auch schon Mary Jane. Was ist denn das Erste, was ich machen soll, wenn ich vor Ort bin? Vor Ort? Ah, wir haben dieses Jahr einen ganz, ganz schönen Stand zusammen mit dem Hanfmuseum. Also direkt am Eingang werden die einen eigenen Stand haben und das wird dann wie so ein kleines Museum sein. Das heißt, da neben dem ganzen Raucherzubehör und dem Anbau kann man sich einfach nochmal über den Rohstoff an sich informieren. Was kann man daraus machen? Was ist so die Geschichte? Und da sind wir auch mega froh, dass sie dieses Jahr, dass das Hanfmuseum, auch nochmal danke ans Hanfmuseum, da was Schönes zusammenbaut. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man sich das einmal anschaut und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man eher nochmal Lust hat, sich neue Produkte anzuschauen oder ob man eher Lust, ob die Konferenz hat, um sich über ein paar Themen bei Experten zu informieren oder ob man sagt, nee, ich bin jetzt gar nicht in der Stimmung, gerade irgendwas zu machen, dann setze ich mich lieber ans Festival, tue da auf der Wiese, entspannen, Musik lauschen und sich in den Rasen legen. Ja, cool. Wir vom DAV sind natürlich auch vor Ort wieder mit Stand, wie immer. Kommt gerne bei uns am Stand vorbei, quatscht uns gerne an, wenn ihr uns sehen. Ansonsten vielen lieben Dank, dass du hier warst. Danke. Wir sehen uns auf der Mary Jane. Viel Erfolg noch bei der Planung. Dankeschön. Und ja, bis dann. Bis dann. Bis dann. Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.